Do you wanna know is secret? Normal mache ich hauptsächlich Let's Plays von Minecraft und League of Legends. Das Projekt Terraria ist momentan pausiert. Heute geht es um das Thema, was kommen in der Zukunft für Projekte bzw. Folgen. Wenn ich das aktuelle Minecraft Projekt beendet habe, werde ich mit einer Attack of the Beat Team Reihe starten. Ob Singleplayer oder Multiplayer muss ich noch gucken. Das Projekt League of Legends wird beständig weiterlaufen, vielleicht manchmal mit kleinen Pausen, da ich es nicht immer schaffe regelmäßig ein Video aufzunehmen. Und zu guter Letzt wird ab Weihnachten wahrscheinlich eine COD Reihe eingeführt, da ich mir zu Weihnachten eine Elgato Festplatte zulegen werde, womit man PS3 Videospiele aufnehmen kann. Das war's von mir und noch viel Spaß am Video. Das war's von mir, aber ich habe in der Zeit zurückgelegt. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.